Hallo meine lieben Bastelpötchen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr da seid. Und vor allen Dingen schön, dass wir die 100 geknackt haben, schon lange. Und dass wir fast auf 200 zugehen. Ich bin so, so geflasht und so, so glücklich. Es tut mir auch leid, dass die letzte Woche kein Video kam. Also diese gesamte Woche. Schande über mich, Schande über mein Haupt und Schande über meine Kuh. Aber ich hatte super, super viel zu tun und ich wusste echt nicht, wo mir der Kopf steht. Und jetzt habe ich ein Haul für euch. Ich habe auf Ebay, Kleinanzeigen, ein La Blanche Set, Stempel bestellt. Bin total zufrieden und das wollte ich mit euch teilen. Ich weiß nicht, ob jeder von euch La Blanche kennt. Die ist sehr, sehr oft auf HSE vertreten und macht da Bastelshows und hat auch ihren eigenen Online-Shop. Und ja, ich finde die Sachen total schön. Lassen wir uns mal inspirieren und reingucken. Es sind sehr, sehr viele Stempel. Es sind nur Stempel, seien wir mal ehrlich. Und sehr viele Naturmotive. Wie man sieht, viele davon sind neu. Sehr viele musste ich auch auspacken. Die habe ich erstmal ausgepackt vor dem Video, damit es nicht reflektiert. Das Set geht in die Naturrichtung, wie man sieht. Hat aber auch super viele Einschläge in den Steampunk und in Gebäude. Etwas, was ich super gerne benutze. Nutzt ihr auch sowas? Seid ihr eher floral, eher animal oder mögt ihr es wirklich, wenn es Gebäude sind? Oder habt ihr da keine spezifischen Richtungen? Die ist noch total sauber. Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese die Kommentare durch. Auch wenn ich die letzte Woche nicht unbedingt dazu kam. Aber ich habe euch nicht vergessen. Auf keinen Fall. Ich hatte nur sehr wenig Zeit. Aber das kommt wieder. Ich gelobe feierlich Besserung. Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Bevor ich es vergesse. Ich habe inklusive Versand 50 Euro für das Set bezahlt. Und bin, wie gesagt, super zufrieden. Ich finde es sehr schade, dass sie nur diese Art von Stempel sind. Also ich mag eher die, die man auf einen Block aufbringt. Also die Clear Stamps und die, wie heißen denn die roten, die Gummistempel. Die mag ich extrem gerne. Aber die Viertler-Blanche nicht. Ist das nicht toll? Eine Krabbe. Ich finde die unglaublich schön. Die Viertler-Blanche nicht. Und von daher, weil ich einfach die Motive mag. Ein altes Moped. Wie viele Leute haben den Stempel von einem alten Moped? Entschuldigung. Ach, immer diese Versprecher. Fahrräder habe ich ganz, ganz viele. Ein Moped. Man sieht hier an dem... Sieht man das? Ja, das sieht man hier. Der Motor. Und die Pedale zum Anschmeißen. Ich finde das total cool. Also wie gesagt, Fahrräder habe ich ganz, ganz viele. Und Mopeds habe ich ja bis jetzt nur dieses. Kleines Vögelchen in der Silhouette. Und ein... La Blanche hat halt super schöne Arten. Sehr viele außergewöhnliche. Ich warte auch noch auf eine Bestellung. Die kommt jetzt bald rein. Die zeige ich euch natürlich auch. Also direkt aus dem Online-Shop von La Blanche. Und sie geht halt in eine ganz, ganz andere Richtung. Was ich unglaublich gerne mag. Also ganz anders wie Lawn Fawn oder... Wie heißt es? Ach. Create a Smile. Hier bitte alle möglichen einfügen. Und auch anders als Ideen mit Herz oder Stamping Up. Und das finde ich so unglaublich schön an ihr. Dass sie immer dieses... Dieser Touch vom Edlen... Für mich, ich verbinde La Blanche einfach mit edlen Dingen. Auch was sie in ihren Videos... Sie ist ja auf Facebook und auf YouTube vertreten. Also wenn es euch mal interessiert, googelt es mal. Was sie da kreiert. Unglaublich schön. Unglaublich edel. Und La Blanche bringt einem bei. Unperfekt ist immer perfekt. Ist das nicht schön? Ich freue mich schon drauf, mit dem zu arbeiten. Auch mit dem großen Baum. Und wieder ein Nest. Wir haben Vögel, wir brauchen Nester. Kennt ihr La Blanche schon? Würde mich mal interessieren. Oder hattet ihr sie noch gar nicht auf dem Schirm? Das würde mich wirklich, wirklich mal interessieren. So, davon habe ich zwei. Einmal dieser Zug. Ich halte sie mal nebeneinander. Und diesen Zug. Und ich habe mich in diese Züge verliebt. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, man sieht es. Ich liebe diese Züge. Das hat meine ich so. Richtung Steampunk und Richtung Vintage, finde ich, gehen die Sachen unglaublich gut. Und hier steht auch noch den Namen der Lok drauf. Also unten, der ist auch im Stempel mit dabei. Musterchen. Ich muss unbedingt mal gucken, dass ich euch eine Karte zeige, auf der wir La Blanche Stempel verarbeiten. So. Ein, echt? Nein, ein Karpfen. Fische dürfen nicht fehlen. Und das Haus. Ich finde die Sachen unglaublich schön. Was sagt ihr denn dazu? Findet ihr, ist es gelungen? Oder eher, bis auf die Sachen mit Silikon, klar, das ist, also ich finde das super schade. Aber irgendwo gehört es halt dazu. Sie hat halt nun mal kein, ähm, keine Silikonstempel. Und das finde ich persönlich auch okay. Dafür gehe ich das gerne ein, dass ich diese individuellen, also individuell ist es ja nicht, aber diese außergewöhnlichen Stempel habe. Diese Bordüre, ich hatte schon, also ich habe schon ganz, ganz viele La Blanche Stempel und der ist benutzt. Die gehen aber besser weg, also wenn man mal guckt, wenn man drüber reibt, gehen die auch besser wieder ab. Wenn man sie mit den, welche sind das denn, die Versafine, ich gucke gerade, ob ich auf meinem Schreibtisch mal ein oder zwei herumstehen habe. Wenn man die mit denen kombiniert, also benutzt, mit den Stempelkissen, funktionieren die total gut. Gut, die Stempelkissen, die Stempelfarbe ist gut vom Versafine und sie geht auch super gut wieder ab und macht gar keine Probleme. Ein Füller. Nur so als Tipp, denn viele Stempelfarben, Stempel, also färben auch das, den Stempel so ein. Und die halt nicht. Die halten den Stempel sehr schön und sehr, sehr ordentlich und sehr lange ordentlich. Man darf sie halt nur nicht zu lange rumstehen lassen. Also so über Nacht habe ich schon gemacht und es ging raus. Es hinterließ halt einen kleinen, ähm, einen kleinen Farbschimmer, also einen Schatten. Aber sonst ging das eigentlich so, wenn man ein paar Stunden mal vergisst, geht das eigentlich super. Oder wenn man gerade im Basteln ist, macht man ihn ehrlich gesagt auch nicht sauber. Nicht unbedingt. Ich weiß nicht, seid ihr da anders? Ich bin dann total im Bastelflow und vergesse dann sehr schnell auch mal meinen Stempel sauber zu machen. Hier eine kleine Feder mit Beschriftung. Die Beschriftung und die Feder. Das Stempelergebnis von den Sachen ist auch super, super schön. Das kann ich auch gerne mal gleich zeigen. Nochmal ein Wecker. Eine Libelle. Und das Haus. Zählen wir mal durch. Eins, ich habe es auch noch nicht gemacht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, einmal alles verschoben. Zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nein, 43 Stempel. Ich finde 43 Stempel für 50 Euro inklusive versicherten Versand sehr schön verpackt. Leider weiß ich deinen Namen nicht mehr. Aber wenn du das siehst, liebe Grüße an dich. Schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich total. Ich finde, der Preis war optimal. Total cool. Die Sachen sind total schön. Ich bin super, super happy. Und ich gucke jetzt gerade. Nehmen wir mal die Distress. Distress Oxide. Und probieren wir mal den Schmetterling. Eigentlich müsste man den Rand abwischen, weil der Rand ist super schnell, dass er mit abstempelt. Das Problem habe ich immer wieder. Genau. Hier sieht man es. Ich gebe es mal hoch. Der Rand stempelt sich ab. Also wenn man das nicht will, muss man hier den Rand mit sauber machen, bevor man abstempelt. Aber die Ergebnisse sind halt super, super schön. Und sie sind super, super ordentlich. Ich kann mich über die Stempel nicht beschweren. Jetzt habe ich mich im Wort verschluckt. Das tut mir leid. Nehmen wir mal einen großflächigeren, ja, ist ja großflächiger, durchgehenden. Hier die Seiten abwischen. Und dann aufbringen. Huch. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Aber man sieht, es ist eigentlich super schön. Eigentlich. Wenn ich jetzt gerade nicht zu doof bin, mit ihm zu arbeiten. Ich muss es nur ordentlich sauber machen. Und ihr seht, total das schöne Ergebnis. Eigentlich. Ja, ich bin gerade nicht so zufrieden. Ja, ich verstehe es. Ich muss noch mit den La Blanche üben. Das ist immer so. Da gibt es Kniffs und Tricks, wie man mit ihm arbeiten kann. Aber der Schmetterling ist gelungen. Für den, für den war ich nicht zu doof. Für den Vogel war ich heute zu doof. Passiert. Ja. Das war mein momentiger Einkauf. Der ist heute angekommen. Also wenn ihr es seht, ist er gestern angekommen, am Freitag. Und ich dachte, ich zeige ihn euch mal. Und ja, freue mich auf eure Kommentare. Freue mich auf eure Meinung, wie ihr das Ganze seht. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Und bleibt kreativ. Wir sehen uns.